Kostlich! Und zwar, warte ich auf! Jetzt habe ich an Sie, Sie sind die von der Innenstadt und ich will kurz noch einmal miteinander und es gibt eine Zuckerbeckerstube, es gibt eine Zuckerbeckerstube, die Stiege, und das ist diese Stiege da und das ist die Frau, Entschuldigung, das ist die Frau. Und das schaut so schlecht aus. Ich habe gesagt, das wird einmal gerecht. Am Josef Blut, Na ja, das Entschuldigung, die Zuckerbeckerstube, na klar, da gibt es die Säulenstube, und dann gibt es die Zuckerbecker, da gibt es einen Schweizer da, das ist auch... Und die ist auch viel so schlecht, die schläft einmal...